Und willkommen zur Folge 188, nein Spaß, keine Ahnung zu welcher Folge das ist und los geht's. Ich glaub, ja doch, ich knall jetzt mal richtig ab, so. Und wir warten, 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 warten. Oh, das ging schneller. Okay, gut. Ich bin wieder leise, sonst war kackig wieder alles. Deswegen nicht wundern. Okay, ich sag doch was, weil mir langweich ist. Weil das der Sinn meines Letztkreises. Oh, guck mal, das tut mir richtig leid. Ich nehm jetzt mal so ne Belegwaffe hier, okay? Damit das auch ein bisschen gerecht ist. Könnt's euch im Video angucken, ich cheater ja nicht. Oh, ich bin so gemein. Uh, neue Farbe, siehst du? Jetzt hab ich Armeefarbe. Für die Mikro-EMP. Ich kann nichts dafür, Mann. Es tut mir leid. Also, falls du dieses Video siehst, es tut mir leid. Einfach 3 zu 0. Ihr seht ja. Sorry, tut mir leid. Wahrscheinlich dauert dieses Video auch nur 5 Minuten oder so. Ey, ihr seht ja. Uh. Ich glaub, das hab ich jetzt absichtlich gemacht. Nein, ich hab's natürlich nicht absichtlich gemacht, aber... Es kann sein, dass ich, wenn ich zu gut bin, es absichtlich mach, weil ich hab keinen Bock, dann der Spielfall der Waffenhagen zu sein. Okay, jetzt nehme ich wieder die starke Waffe, der hat einen Punkt für mich gemacht. Der hat einen Punkt für mich gemacht. Ja. Ergibt logisch. Ergibt logisch. 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 Die Waffe ist einfach überpowert, aber der kann sie es hier auch schon kaufen. Ja. Also, die Waffe, die ist ja vom Butni, keine Ahnung, von diesem Update, wo es die Turismo gab und die Chester und so. Und die ist richtig überpowert. Wow. Uh. Der war jetzt gut von dem. Ja, egal, ist zumindest nicht GEMA geschützt. Hoffe ich. Wenn das jetzt GEMA geschützt ist, dann ist es scheiße. Hey, habt ihr doch auch gerade gesehen, wo es denn jetzt hin ist? Weeeel. Hä? Wie geht das? Habt ihr das gesehen? Und meine Grafik ist wieder schlecht. Ihr wisst es, ich habe keine gute Kamera dafür. Habt ihr euch dieses Video eingeschaut, wo ich das erste Mal lach, aber ey, ich habe da so einen scheiß, ich habe da gesagt, so Gerät zum Aufnehmen für dieses Ding da oder so. So irgendwie so was richtig geiles, richtig geil gemacht. Okay, wo ist dieses Arschloch? Arschloch, Arschloch, wo bist du? Ja, ich weiß, ich kann dir singen. Aber ich kann eigentlich singen, aber und sagt mir. Ich werde zu erklären. Ich werde zu erklären. Musst euch einfach erreichen. Ich sollte wirklich aufhören, diese Scheißlaute zu machen. Okay, ich höre jetzt wirklich auf. Ich weiß wahrscheinlich wieder diese Scheißlaute zu machen. Ja, schreibt mir ruhig in die Kommentare. Julian hat eine Scheißdämme oder Ben hat eine Scheißdämme oder Dieter Tippi, der hat eine Scheißdämme. Ey, der tut mir so leid, Mann. Ja, schreibt euch in die Kommentare, Julian hat eine Scheißdämme. Ja, schreibt euch in die Kommentare, Julian ist gemein, sorry, ich bin ganz so richtig wütend. Und deswegen na ich ihn jetzt sauernd ab. Ey, der tut mir gerade richtig leid. Ja, die Waffe ist wirklich überpowert. Die trifft einfach. Er hat mich abgeknallt zum dritten Mal. Yeah. Okay, 6 zu 3 ist jetzt eigentlich nicht so schlimm für den Levelunterschied. Ich klette noch eine Toilette drauf. Ich wollte es ja lassen. Ja, der war jetzt sinnvoll. Uh, er ruht auf. Der gewinnt jetzt noch, sag ich euch. Das mache ich jetzt ernst. Klar, das Griemen. Und die Kau. Oh, Junge, Alter, ist die Kamera verwutscht. Wie ist der, wie gesagt, mal so. Ist ja nur eine Kamera, ist ja keine speziell für dieses, für so aufnahmengedachtes Gerät. Yeah. Sorry, dass ich überpowert bin. Schreib Rockstar an. Schreib Rockstar an. Schreib Rockstar an. Du kannst auch Rockstar an schreiben. Okay, ich bin doch nicht so überpowert. Ich bin einfach nur gut. Ja, keine Ahnung. Er ist halt Level 14. Was soll ich machen? Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn einfach nicht. Er tut mir halt leid, Mann. Ja. Er tut mir leid. Ich nenne das Video so. 14-Jährige Junge tut mir leid. 14-Jährige Junge tut mir leid. Okay. Also ich nenne das Video so. 14-Jährige Junge tut mir leid. Oder 14-Jährige Junge macht mich beleidigt. Er killt einen Level 100. Typ. Ja. Ja. Ja, das mache ich absichtlich. Ja. Aber dann auch wieder unabsichtlich. Aber ja. Ich weiß, es ist scheiße. Schreibt es ruhig in die Kommentare. Hat eine scheiß Stimme. Ja, mach das. Mach das. Mach das ruhig. Ach ja, dieses Kommentar voll höflich so. Ja, ich stimme heute so wie die von den alten Aschi. Aschi-Misten-Hand voll nett. Dankeschön. Eigentlich nochmal. Ey, das ist nicht wahr, man. Man rennt hier so 1000 Jahre rum. Und dann sieht man den nicht. Okay, guck. Eigentlich kann der Typisch gut spielen. Weil der, der schlägt einen Level. Ja, der ist gut, der Typisch. Okay, noch 2 Minuten danach. Sind 10 Minuten. Aber so in 10 Minuten einfach mal 3 Last Team Standings. Okay. Okay, 2 Last Team Standings. Aber trotzdem. So Last Team Standings einfach gewonnen. 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 Ich dachte, ich dachte, das wäre hier so ein Mann. Oder so. Ich wollte den Kaschan anschießen. Gucken wir uns eigentlich mal die... Wir können ja auch mal gucken, ob er irgendwas... Boot. Ich hau ab. Ich will nicht mehr. Oh, ich kann irgendwann kein Boot stehen. Ich bin kein Cheetah. Oh, das tut mir so leid. Sorry, dass ich Cheetah bin. Ich bin kein Cheetah. Ich bin Conchita. Ich bin kein Cheetah, wo ist es genau. Ja, ich habe mich wirklich so ein... Ich hätte aber wirklich mal sehr lange... Oh, fuck. Sorry, was soll ich machen, wenn ich so gut bin? Jetzt mal ohne Scheiß. Ihr seht doch, dass ich gar nichts mache. Ich schieße einfach nur drauf. Ich habe doch auch gesie... Ja, okay, ja. Ich habe keinen Cheetah hier. Ich habe nichts. Ich habe mir noch nie ein Auto gecheatet oder so. Jetzt hol ich mir hier noch so ein Anzug und so. Geil, ja, mein. Oh, ich bin so gemein. Schreibt mal in die Kommentare. Ben ist gemein. Ben sei nicht so gemein. Oder fick dich. Du hast eine Scheißstimme. Ja, genau. Schreibt mal in die Kommentare. Fick dich. Du hast eine Scheißstimme. Oder schreibt einfach in die Kommentare, was ihr wollt. Oder schreibt euch in die Kommentare. Julian cheatet, obwohl er gar nicht cheatet. Julian cheatet, weil er Conchita Wurst ist. Ich bringe den Witz jetzt immer wieder. Aber heißt sie wirklich Conchita Wurst? Das war ja... Hä? Glitches! Nee, so eine Scheiß. Sollte ihr jetzt nicht. Okay. Das habt ihr jetzt mitgekriegt, gell? Die Kamera ist scheiße aufgestellt. Ich weiß. Dankeschön. Das habt ihr jetzt mitgekriegt. Einfach so laufe ich noch rum, obwohl die Zeit rum ist. Okay, gut. Hab sowieso verlassen. Gut. Also dann. Habts gesehen. Videos werden jetzt immer genau 11 Minuten. 11 Minuten. Ja doch, war richtig 11 Minuten lang. Hier nochmal der neue Wagen. Jetzt haben wir alle neuen Wagen im Video. In den letzten zwei Videos. Also in dem Video. Und in dem Video davor. Es ist ficktig, wie der heißt. Masacro. Ein Masacro. Ja. Keine Kopie vom Ferrari-Scheiß-Auto davor. Nein. Voll neues Auto. Okay, ciao. Ciao.